Hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4 Wir gucken mal, vielleicht können wir die Franzosen hier auch noch gleich platt machen Das wäre nicht ganz unschön Sagen wir es mal so Mit einem Bömmchen auf dem Berg haben wir auch immer wieder was Guts dabei Go, 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 go Go, go, go So, von allen Seiten Hier können wir nochmal ein bisschen was reinschmeißen Mhm, passt Zwei gleichzeitig und nach da hinten hin und dann hätten wir es Dann hätten wir den nächsten Batzer quasi aufgeräumt 11,31 Es ist schon ordentlich viel, was wir gerade kaputt machen Und ploppt auseinander Ja, plus den Franzosen noch Schade Das wäre noch das schönste gewesen Hätte man die auch noch vorhin splätten können Okay, auf nach da hinten hin Ebenso wie hier, auf nach dort drüben hin Schauen wir doch mal Ich hätte gerade schwören können, wir hätten hier mal Ah, ne, wir haben hier nichts mehr Das war's Wir haben hier nichts mehr Macht aber nichts, ganz und gar nichts Du, nach da hin Du, nach da hin Habt ihr noch ein bisschen mehr Unterstützung? Nicht arg viel, hab etwas zumindest Um hier jetzt noch vorhin durchzubrechen Weil es doch ein bisschen lange dauert Hier momentan durchzukommen Ich weiß nicht, was du hier gerade machst Aber wir sind nicht im Krieg mit denen Also No, 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 no Okay, Lieferung sofort Also wir sollten jetzt eine Lieferung bekommen Ja, haben wir auch bekommen Wunderbar Direkt nochmal das Ganze machen Na, 2007 Okay, sie haben nichts mehr Offiziell leergelaufen So wie es ausschaut Heieiei Okay Wen haben wir denn da oben noch? Da, weg mit dir Der Berg wird eingeäschert Der wird so nicht mehr benötigt Auf keinem Auge sogar Ihr baut fleißig weiter Ja, das ist in Ordnung Da unten können wir auch noch was machen Aber ganz ehrlich Ich bin schon mal zufrieden Dass wir überhaupt einfach nur so Schaden machen Ist gerade egal wie Irgendwie werden wir schon Schaden anrichten Hier oben auch Ähm, Franzosen Na, schade Ich wollte gerade sagen Ich könnte mir nochmal ein bisschen Beömmeln, aber Ja, das passt schon Vielleicht kann man dafür abschießen Mhm Das kommt davon Wenn man hier Freiwege entsendet Nicht mit mir Definitiv nicht mit mir Ein bisschen mehr Aluminium Das kriegen wir Erfolgreich aus Griechenland her Heldentum und Co Brauchen wir das noch? Ja Wobei Für uns dem Kampf auszugleichen Wäre noch interessant Gib ich zu Das hätte noch eine schöne Note An der Stelle Ähm Wir möchten dem noch was geben Nur mein Freund Anpassungsfähigkeit Oh yeah Wunderbar Wunderbar Ansonsten Ich würde es gerade sagen Wir haben hier ein bisschen was übrig noch Ähm Wir möchten bitte noch mehr Sachen von dir sehen Noch mal 1000 Ich glaube da hat echt nichts mehr übrig Überhaupt rein gar nichts mehr Was ich aber wiederum gut finde Wenn er nichts hat Und wir schon Dann machen wir was richtig in dem Fall Sördle Bitte Macht China von uns fertig Wir können nichts mehr gewinnen Hier unten Überhaupt nichts mehr sogar Außer die Tatsache Dass wir jetzt quasi Schlussendlich Den Sieg davon tragen Go 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 Ähm Angreifen hier Hier und da können wir noch ein paar Atombomben schmeißen Bis nach da hinten hin Ja Also Ihr macht es schon richtig gut Muss man sagen Ihr schleicht euch da rum Als gibt es kein Morgen mehr So Die kleinen haben wir bereits Die anderen leichten Panzer Das wird eben noch nichts werden Was soll's Ein bisschen mehr Aluminium noch Hey der wird es gar Deli und Kurma ja auch gesagt Wir tun es upgraden Yep Damit wir Nach und nach auch die ganzen Ressourcen bekommen können Wir haben dich für die Umwandlung Für was auch immer wir es gut gebrauchen können Müssen wir uns ausdenken Ähm Da hier Dich und dich noch upgraden Dich noch upgraden Wenn wir schon mal dabei sind Weltlazarette brauchen wir Ganz ganz dringend Yep Damit wir auch ja immer Unsere guten Truppen behalten können Panzergradierung Yep Er stießen einen einzigen Inder da unten drin Der wird sich auch denken Was ist denn hier los Warum komme ich nicht weiter Mal hier ein bisschen was freischalten Einfach nur zu Gaudi Ähm Da kriegen wir noch was her Luftfahrung Okay Yep Ähm Dich wegbomben Mhm Passt Kriegen wir noch ein Pünktchen Wir kriegen kein Pünktchen gerade mehr her Unschön Ganz ganz unschön sogar Brauchen wir sonst noch etwas Kriegsmodellzüge eigentlich auch nicht Die Raketen auch nicht mehr Wie gesagt für Schiffe ist eh schon viel zu spät Könnten auch hier die paar Sachen machen Einfach nur das für was heute forschen Sonst wird es zu langweilig auf Dauer 24 Divisionen Sind fast fertig Kann ich denn hier nicht noch ein paar dazu machen Nein Das liegt am Capper an der Stelle Das wird hier nichts bringen Da auch nicht Da auch nicht Ähm Warum zum Geier Ist hier auf einmal ein Loch in der Verteidigung Könnt ihr mir das mal bitte sagen Go 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 Immer schön weitermachen Wie viel Prozent haben wir denn gerade Na einiges Ein paar Stück fehlen da aber noch Ah Gummiproduktion Warte mal Da haben wir noch was Und hier haben wir noch was Die können wir auch mal kurz hochsetzen Ja Dann hätten wir nämlich keine Gummiprobleme mehr Deutschdemokratische Republik Ihr habt das alles hinten eingenommen Hey der Witzker Okay Ich merke schon was hier los ist Ei 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 Ähm Wir haben hier noch welche Und hier auch Und ebenso hier Können wir noch mehr haben Ein paar moderne Aber das bringt auch nicht wirklich viel Nein Was wir haben Haben wir bereits 24 liegt das an den LKWs Ja Das liegt an den LKWs Wir haben nicht genug LKWs Ähm Was können wir noch machen Wir können nochmal hier die Bombe reinschmeißen Bitteschön Lass krachen Und hier ebenso noch krachen lassen Ninghang Mache Ninghang platt So gut es geht Mache sie platt Haben wir sonst noch irgendjemanden Gerade hier hinten Nur Soldaten Das war's Ähm Die Frage ist natürlich Du hier Aber wir bekommen bereits Mordlich von dir schon was Okay Das heißt wir werden voll gepumpt Aber dein Alliierter wird nicht voll gepumpt Interessant Interessant Nur 2000 Das ist nicht viel Ähm Das und das hat Priorität Und den Rest könntest du euch schlagen Das sage ich jetzt nicht nein dazu Ich wollte gerade sagen Komm schon Das ist eine Feld hier Müssen wir doch langsam mal haben Wir haben volle Kampfbereitschaft hier 94 95 Ich sehe die Ork hier runterrauschen Atelier Vicious Alles ist da und es funktioniert trotzdem nicht Das funktioniert trotzdem nicht Der Witzger Bombe los Ja Bombe los Und Bombe sollte funktionieren An der Stelle auch Ich hoffe es mal inständig Angriff auf Bodenziele Yep Gebe mir hier noch ein bisschen was dazu Flugzeuge Yep Ja damit Wir haben euch Euch und euch auch soweit voll Yep Der Rest passt Wird nach und nach besser Yep Wir machen Heldenmut Yep Bombe Heldenmut Nicht viel aber ein bisschen was davon Und komm schon Xang Falle endlich Müsst du mich Verkack eiern Immer noch nicht Ah Ah Das war noch geil Moment Was Das war auch gerade die temporä Hauptstadt Wirst du mich fahren Mh Unschön Ganz ganz unschön sogar Okay Durchbrechen und durchbrechen An der Stelle Müsste hoffentlich funktionieren Wenn nicht können wir gleich noch eine Bombe reinschmeißen Mit viel Glück Ja Mombel kann reingeschmissen Kann nicht reingeschmissen werden Warum nicht Ähm 200 Wegen hier Halbieren Und darüber schicken Es müsste eher funktionieren Wir bekommen noch eine Luftunterschützung Da und dadurch Mit ein bisschen seitlichem Angriff Scheint schon eher was zu werden Na komm Jetzt da wunderbar Wir gehen weiter Immer weiter Immer weiter Bisschen wir nach hier rum gehen Oder eben nicht Elf Elf Stück sind hier Was Übernehmen Mieter machen Gerade sagen hier Gibt's doch gar Ähm Panzerdivision Nein Die müssen weg Die haben hier nichts zu suchen Ich weiß auch gar nicht Wie die überhaupt noch An Geister für haben Gegen mich zu kämpfen Nach den ganzen Atombomben Die hier gerade runterrauschen Im bald schon Sekundentakt Wenn es so weiter geht Ablehnen Ähm Annehmen Jepp Gebe mir mehr Ausrüstung Gebe mir all die Ausrüstung Die ich benötige Und noch so viel mehr Okay Okay sie haben nichts mehr Ich hab sie leer gekauft Finde ich enorm Finde ich sehr gut sogar Sattel Durchrauschen 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 Gleich Erstmal wenn wir das hier haben Dann können wir erstmal so rumlaufen Sattel Dann haben wir jetzt Den modernsten Bomber überhaupt Mit Megadüsen Triebwerken Wir haben große Bombengeschichte Damit können wir Alles vernichten Strategische Bombardierung Jepp Strategische Bombardierung Jepp Luft Luft und sowas brauchen wir nicht Spezialmodule Selbstsicht der Tank Panzerplatten Zusätzlicher Treibstoff Tank Und Noch Kanontürme oben drauf Das war klar Das ist zu viel Ich mach die Platten weg Wir haben nicht genug Schub Für alles Okay Warte mal Warte mal Wir haben es selbstsichtend Sattel Außer Das wäre noch was Das wäre noch was Moment Bombenschachte Weg machen Zusätzlich Und Panzerplatten Das ist auch noch zu viel Wir machen es ein bisschen weniger Schaden Aber es funktioniert zumindest Jepp Können wir machen Valiant Du bist eine neue Variante davon Dieses Mal mit Chrom Das möchte ein bisschen Chrom Äh Ein bisschen arg viel Chrom sogar Portugal Du bist mein Freund An der Stelle Wir haben dich Dich Und auch dich Hier soweit fertig Dann können wir weitermachen Mit Operation Noch mehr Da Wunderbar Mehr umso glücklicher Bin ich doch Wie schaut es jetzt hier hinten aus Okay wir haben dich Wir haben dich hier einmal da Und einmal dort Ich würde sagen Wenn wir es denn schaffen könnten Ich meine Atombombe Wir kommen gerade hier rein Weil schon wieder Alles Wo Ah Ja Weil das hier gerade wieder belegt ist Moment Jetzt da Müssten wir eigentlich In der Lage sein Dich abzubombardieren Aber anscheinend nicht Weil Wenn ich die Luftleer Halt haben Sehr sehr merkwürdig Go 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 Lass es aufploppen Und dann wegploppen Und danach können wir auch hier abdampfen Dann war es es nämlich Infantierexperte Und Infantierexperte Ja Wie schaut es bei euch hier unten aus Relativ gut Bombe los Mhm Wie schaut es sonst so weit aus Go 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 Das ist wenn man jetzt sagen würde Ihr kommt nach da hin Ihr kommt auch nach darüber hin Ihr greift auch nach darüber an Ihr geht da rein Und ihr greift hier rüber an Das schaut doch gerade mal so schlecht aus Und mit ein bisschen Hilfe von Fetich in der Atombombe Müsste sogar noch besser ausschauen Ah ja Cast Schaden Machen wir wie viel Nichts Weil wir nichts in der Gegend haben Okay das macht nix Das macht rein gar nix aus Wir müssen einfach nur durchbrechen hier So Wer seid ihr Ihr seid das da hier Kommt ihr alle da rüber Weil die Mongolei Brauchen wir nicht angreifen Und ihr werdet nicht da stehen Sondern Komplett hier Und auch mal hier rüber angreifen Passt schon Go 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 Natürlich muss jetzt der eine natürlich krank sein Wenn wir gerade dabei sind Geschichte zu schreiben Na komm weiter durchbrechen Immer schon weiter durchbrechen Maximum einen Durchbruch haben Go 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 Sprengt den Weg frei Los geht's Da ne Da ne Da ne Da ne Das Hauptziel ist hier Oh manner Meter Wir haben Carriers Wir haben euch noch Wir haben euch noch Komm Oh noch Windermodell Was soll's Und durchbrechen Einmal vor uns hier durchbrechen Infanteriewaffen Infanteriewaffen Ich bitte doch darum Die meiste Gradierung Wenn schon Dann Denn schon Holla Die Waldfee Hat immer noch nicht genug übrig 800.000 Wir haben hier noch ein bisschen was Ihr könnt es wahrscheinlich Immer noch nichts mehr geben Oder Nicht wirklich viel Also Das was wir mit ihm wegnehmen Ist schon ordentlich Danke für die Feldlazaretten Das Gestür können wir auch noch mitnehmen Warum zum Geier kommen wir jetzt eigentlich nicht durch Weil immer jemand hier ablappt Oder was Dann müssen wir die Seiten noch angreifen Damit das eben nicht mehr passiert Genauso wie wir dich hier angreifen müssen Um da durchzukommen Jetzt Da wird ein Shooter auskommen Immer schön weiter Immer tiefer Immer tiefer Du vorrücken Wir haben eine neue Atombombe Her damit Sitz passt und hat Luft Ja Gott Ja okay Die sollen jetzt wieder mehr Gerade egal Irgendjemand hat immer ein bisschen was Danke dafür Schwer ist MG Da können wir noch ein bisschen was machen dafür Brenn endlich durch Mach sie fertig So Damit sollten wir jetzt alles in Sachen Flackpack und Atri Glaube ich Hinter uns gebracht haben Danke dafür Go 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 Alles schaut nur noch hier rüber Angriff Nach darüber wenn es geht Nein das geht natürlich nicht Ähm Machen wir hier noch einen hin Das wäre echt cool Wenn das gehen könnte Obervolta Äthiopien hat Frage euch die Gierigkeit Bitte was ist denn bei euch los Äthiopien Warum Äthiopien Spinnst du den komplett Wir haben euch befreit Vor ein paar Jährchen Irgendwann mal Ich verstehe gelegentlich Die Leute echt nicht So 200 hier Yep Haben wir irgendwas Irgendetwas Transporte Moderne Transporte Bam 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 Nein Das sind immer noch viel zu wenig Dorthin Dorthin Wunderbar Noch mehr Bodenoffensive Noch mehr Pluspunkte Noch mehr Durchhaltevermögen Go 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 Mit allem was wir haben Zack Atombomenei Mit allem was wir haben Atombomenei So wie ihr Atombomenei Oh je je Wir müssten so gut wie durch sein Ich will gar nicht wissen Ähm Gebirgsjäger Dich nur machen Dich nur machen Egal was Passt schon Knapp 2 Millionen Tote 44% Bitte was Wir beenden das Ganze Jetzt sogar Macht mich echt fertig Wir sind drauf und dran Alles zu beenden Und trotzdem scheinen wir noch zu verlieren Beim Ganzkrieg Ich weiß nicht mal warum Ich kann nicht mal sagen warum Okay Wie schaffst du momentan aus Hundsmiserable Das Ding ist überfordert Nachvollziehbar Vollkommen nachvollziehbar Du hier Kannst du hier rüber angreifen Das wäre noch eine Option Ähm Ihr hier auch nochmal angreifen Was sollst Zack Zack Go 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 Hier hier nach unten angreifen Go 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 Insofern natürlich möglich Das ist natürlich nicht Immer nur wenn es möglich ist So Atombomben Nein damit Das war soeben möglich Ach man Warum eigentlich so einen hohen Prozentsatz Ne warte mal Ach Deutschland klaut gerade ein bisschen was raus Ah ok Ich verstehe Durchrauschen 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 Und durchrauschen Also wird nichts mehr akzeptiert Go 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 Ihr habt so viel Ihr habt so viel Ihr habt so viel Unterstützung Es funktioniert trotzdem nicht Ich Ah Weile geht's Wahrscheinlich liegt's auch daran Dass wir Kaum Ressourcen Oder irgendwas haben Yep Die sind einfach viel zu schwach Momentan ausgerichtet Für irgendetwas Stere ich fest 12.000 Waffen Okay das geht Das ist in Ordnung 12.000 ist mehr als in Ordnung Ich hoffe die kriegen wir auch ziemlich bald Komm schon Und 100% Wir hatten's gerade auf 100% Wissen mich vor gar keinem Noch einmal Körn Wut 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 Jetzt aber Nein Nein Hier kommt mit nichts hier rein Mit sowas von gar nichts Kommt ihr hier rein Ich glaube ich spinne hier Go 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 Genauso wie ihr hier Go 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 Ich möchte diesen Schwachsten einfach nur beendet sehen hier Zack Halt sie auf Jetzt da Endlich kommen wir hier durch Meine Güte Er hat viel zu lang gedauert Danke für die Fotoaufnahme Gib nochmal Bombe oben drauf Ebenso nochmal Bombe oben drauf Zack Weg damit Kaum da schon Wird's bombastisch Ich hab da auch zu wenig gerade da Wie schaut's hier oben aus? Bombe ist noch nicht bereit Du kannst uns noch ein paar Opels geben Denn warum nicht? Und ansonsten Wir exportieren 200 Importieren jede Menge Ja jetzt reicht Es reicht Export Fokus Zack Wir verlieren da doch zwar ein bisschen was Aber was soll es? Insgesamt sollte man Einiges gewinnt Stell ich gerade fest Hier Wir haben genug Ressourcen jetzt Soll wir jetzt ein bisschen runterschrauben Bisschen was haben wir verloren Aber Was soll es? Eins Zwei Drei Vier Sechs Sieben Soll Noch mehr ausbauen Soll Haben wir euch jetzt bald mal irgendwie alle mit dabei Go 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 Ihr müsst nur festhalten Das passt schon Festhalten ist in Ordnung Atombomben bekommt Um euch den Spaß Nicht zu rauben Ähm Deshalb machen wir es so Mal da rüber laufen Es ist halt nur das da hier Diese eine Stadt Die wir gerade nicht eingenommen haben bisher Deswegen haben wir alle Probleme hier Was ist was? Das ist unser einziges Problem Was wir haben Der Rest ist sowas von egal Momentan Dreizehn Einheiten hier drüben noch Alter Witzker Ne so jetzt Ich möchte nicht mit euch zusammen sein Ihr seid quasi Wo ich gerade mein Feinbild schlechthin Hm Nur mal ein paar tausend Das ist genau das was wir benötigen Ein paar tausend mehr Ähm Dorthin Ich weiß sogar nicht Du wirst dich eh nicht dorthin bewegen Weil wir keine Verbindung nach da oben haben Aber was soll's Alles was wir haben Darüber rein Alles was wir haben Hier rüber rein Was soll's Hier oben Alles nach da rüber hin Die gelben Alles nach da rüber hin Das sind 13 Stück Die werden erschossen Wir haben leider nur einen einzigen davon Aber was soll's Im Endeffekt wird es schon hinhauen Und durchgezogen Komm schon einmal durchgezogen Einmal durchziehen Alle Da und da noch aufhalten Die Hälfte von euch noch aufhalten Hallo Ich wollte gerade sagen Einige müssen doch trotzdem noch hier entlang laufen Ernsthaft Keine mehr von euch rennt gerade hier rüber hin Boah es reicht doch Xenon wird eingenommen Schon wieder Dafür muss man sagen Schon wieder Seinheiten Dich und dich hier Wir haben die Ah wir haben sie auch noch hier So jetzt da Meins Macht sie fertig Macht sie fertig Ja und noch angreifen Egal wie Egal wo Dich fertig Dich fertig Weiter 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 Bis zur Hauptstadt Das letzte bisschen Was Chinesisch Japan Jetzt auch noch da Was Oh Herrgott Sakrament Normal Du machst mich fertig Spiel Du machst mich so Sakramentisch Gerade fertig Dass es nicht mehr feierlich ist So So China ist jetzt auch gefallen Yep Dankeschön dafür Wir müssen mal kurz ein bisschen was gucken Weil wir haben Wir haben zu viele Hier das ganze gedönste Bauch du keine Ich brauche auch keiner mehr Hier So Die nächsten Die Einfach nicht auffallen möchten Zu existieren So Da angreifen Da angreifen Und go Da angreifen Halt Ihr seid es gewesen Entschuldigung Da angreifen Da angreifen Und go Sördle Dann der ganze Rest vom Schützenfest Darf sich dann hier gleich mitbegnügen Plop sie weg Und wir sagen schon mal Egal was wir hier haben Ähm Dich haben wir zum Beispiel hier Go 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 Wir haben dich hier unten auf jeden Fall Go 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 Ich sehe sogar ein bisschen gelb Keine Ahnung wie die hier runterkommen Aber auch hier Go 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 Und ihr seid wahrscheinlich die Letzten dann Hier wenn ich das richtig so hier Das sind Panzer Da waren Panzer Wunderbar Wrächt noch ein paar mehr Aber Ja Bis dorthin Geht das auch noch mehr dazu Ihr habt das seht ja auch noch mehr dazu Produktion schaut schlimm aus China Russland wird von hier angegriffen Für Japan Zwei Millionen Tote Zwei Millionen Tote Marokko hat jetzt auch noch jemanden Niki erklärt Warum auch nicht Komm Immer schon mal dabei sind Jeder kann jedem Niki erklären Was soll es momentan Go 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 Einfach nur wie wild durchbrechen Wärm dich Wärm dich Und wir haben dich auch jetzt gleich hier Ansonsten Wir möchten hier durchbrechen Wo ich mal behaupten Yep Können wir machen Können wir machen Sollten wir machen Werden wir machen Genauso wie dich Genauso wie dich hier Go 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 Ah Sonst noch irgendwas Yep Dich hier Einmal ums Eck rum Kann man was ich jetzt gerade forschen Hauptsache hier Forschen irgendwas Yep Erforschen um das Erforschenswillens Ähm LKWs Ja Gerne doch Sonst noch gerade was Wir sind weiter am aufbauen Der Rest passt So weit So jetzt bekommen Nichts mehr Passt Ihr bekommt auch nichts mehr Und ihr bekommt weniger So Da kann man noch ein bisschen was holen Was haben endlich mal unsere Ressourcen angezapft Zack Angreifen Angreifen Halt Ich wollte gerade schon sagen Dorthin und dann so rum hin Dorthin und so rum hin Bevor wir dann dich kalt machen Dich kalt machen Und eben so dicht kalt machen Wupp 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 Salle Alles grün ein bisschen zumindest Passt Haben wir noch ein paar Punkte bekommen Das soll ich eigentlich eindämmen können Sprich jetzt nichts dagegen Dass es hier Probleme Dass ihr nicht schaffen könntet Zack und zack Alles was wir jetzt hier haben Runter Operation Vollkommene Zerstörung Sollte hier noch irgendetwas sein Ist hier bald nichts mehr So schaut's aus Go 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 Während wir hier noch angreifen Und ihr von da und von da kommt Um sie aufzuhalten Mhm Sieht nicht ganz verkehrt aus Ja, ob nicht sogar Könnte sogar Fast hinhauen Und ich geh mal davon aus Es wird auch hinhauen Ja, es wird sowas Hinhauen So Passt Währenddessen Angreifen 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 Hätten wir nämlich euch auch So Vorhin besiegt Eieiei Viel zu anstrengend Viel zu anstrengend Aber was soll's Ein Sieg Ist ein Sieg Durchziehen 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 Und durchziehen Und hier Ne, ist das nicht mehr Feindgebiet Noch das hier oben Die Klick ist Was macht ihr da unten Wie kommt ihr da überhaupt hin Ach, die machen mich fertig Weil sie darum angegriffen haben Okay, was soll's Alles klar Wir greifen hier unten auch noch an Beim nächsten Mal Aber Macht's gut und wie immer Tschüssle Bis zum nächsten Mal